Hallo und herzlich willkommen zurück zu Odin, Philofrasia mit mir, dem Meeres und natürlich euch den Zuschauern. Wir sind hier im, naja, im Wittenraumkamm und dürfen uns mal wieder bis ganz nach oben durchkämpfen, um gegen einen gewissen Drachen zu kämpfen. Weil man das ja immer so gerne macht. So, ich habe vergessen, wir haben neue Talentpunkte. Ähm, Charme ist vielleicht nicht verkehrt. Das ist immer ganz nett. Mach ich vorüber, vorüber gehen, unten, verwundbar, am Boden. Freiraum ist gut. Aber ich habe es besser. Naja, bis wir zumindest ein weiteres Level haben. Kann man uns Freiraum nämlich holen, weil Alchemy ist so, naja. Okay. Das ist so. V.A. Schneemänner. So. Haben wir dann doch jetzt auch mal gelöst. Na, watch. Ne, das war schon gut. Schon gut. Weiter geht's. Mini-Boss. Ja, mach du ruhig. Das bin euer Jahr, was du tust. Na, laden weiter geht's. Mehr Schaden. Mehr Schaden. Ja, das kennen wir schon. Du musst nur kurz nachladen. Dann bin ich jetzt wieder bereit für dich. Nein, 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 nein. Auch wenn du dich einmal geheilt hast, du sagst, Gesicht. Das hilft dir trotzdem jetzt nicht. Das, 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 das. So, jetzt aber. Ich würde so schneller wieder nachladen können. Das hilft deutlich. Oh, da hat sie ja richtig gebracht, Junge. Bala, bala, bala. Ja, der Krotter ist jetzt natürlich ein bisschen im Weg. Aber das reicht. Ist noch jetzt ein bisschen überlevelt, ehrlich gesagt. Mit dem ganzen Essen, was ich gebastelt habe. Aber ich könnte mehr Knochen und so gebrauchen. Naja, wenn wir bei den Trauben angekommen sind, da ist dann wieder richtig schön was los, ey. Ich hätte hier wieder richtig schön den Jongleur raushängen lassen. So, Nachtschatz, danke schön. Mein Schatz, ich habe einen Nachtigall für dich. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade an Nachtigall denken muss, bei Nachtschatz, aber gut. Ich mag halt Vögel. Okay, dann können wir von hier aus hochgehen und von da uns um teleportieren lassen und dann wieder so nach oben gehen. Das klingt doch wie ein Vorjahr. Er ist nichts am Boden, nein. Ich weiß, ich kann fliegen, aber so kann ich das besser sehen. So, ich nehme mit. Hier ist nichts. Bisschen Jels. Ganz viele von diesen Ragnamünzen. So. Fünf Sterne, Level 14. Ja, damit. Oh Gott, zwei von denen. So viele Frostbands. Oh Gott. Durch Pfeffern. Okay. Ich sammle dann mal, ne? Oh Gott. Weg mit dem Ding. Ey. Das ist natürlich noch eine doppelte Anzahl. Das war viel zu viel Schaden. Also versuchen wir es nochmal. 99 Schaden. Oh, dieser Frostatem. Das war nicht so schön. Ich konnte es gar nicht runter. Ich habe es probiert. Ich habe es probiert. Aber ich kam einfach nicht runter. Einmal nachladen, bitte. Warum machen wir der eine jetzt wieder? Bayblade spielen muss. Ich bin noch ausgewischt. Dankeschön. Aber anscheinend nicht. Aber macht trotzdem dort mal weniger Schaden. Als dieser Frostatem. Diese ähnliche Liege. Weg hier. Stärke niedrig. Au. Haben wir noch geblockt gekriegt? Äh. Ja. Doof. Ich habe da angesaußt. Macht aber nichts. Boah. Diese. Wer hat einen Trolle obendrauf, ne? Der macht gerade seinen Frostatem. Hallo. Wirklich. Das hat Schaden gemacht. Geh es mir schon auf den Sack. Ja, mach ruhig. Mach ruhig. Kein Problem. Da kommt der Uppercut von dem Troll. Boah. Das ist wirklich ein Troll. Okay. Probieren wir es anders. Erstmal. Die hier weg. So. Schön ins Gesicht. Und der endlich mal hier unten Seite ist. Die Sack. Säcke. Wir müssen natürlich jetzt erstmal schön den Stamm. Aushängen lassen. Wow. Dankeschön. Nicht weg. Ihr elendigen Saftsäcke. Vor wir fünf Minuten für den Frostkampf auch mal auf S zu hinkriegen. Wirklich. Genau zum Schluss hatte ich keine Stärke mehr. Boah. Wirklich. Das ist ein behinderter Kampf. Dann schießen wir einfach auf die. Wir haben immer die so viele Schüsse brauchen. Warum auch immer diese Flüsschüsse brauchen Menschen. Nein. Einfach bitte. Genau auf den Nachtschatz. Wirklich. Ich muss nochmal nachladen. Geh weg, ja. Nachladen. Schießen. Ich glaube, es ist halt erst mal die kleineren. Äh. Da. Oh, wirklich. Die gehen wir so auf den Keks. Diese Frostbands. Wir machen auch noch mal ein Troll obendrauf. So, endlich wird es tot. Toll hier. Keine Stärke. Da habe ich aber gerade noch rechtzeitig. Hingekriegt. Oh, der letzte Sch. Mann-O-Mater. Oh, den Winkel. Da verwirklich zu kriegen, ey. Auf dem Kontrollstick ist natürlich richtig schön. Oh, meine Jüde. Frostband. Oh, eigentlich mag keiner leiden. Hä? Warum bitte? Warum? Wow. Da konnte ich jetzt nichts mehr machen. Meine Güte. Ist das ein Spaß? Ist das ein Spaß? Oh, der eine Schuss. Wirklich? Der eine. Der eine. So, keiner. Oh, geil. Da bin ich schon. Ich habe nur noch 5 AP. Komm, mach. Oh, nochmal. Gut, dass ich überlevelt bin. Weil das merkt man ja. Volle Kanne. Ich hasse es. Geil. Der Schuss ging auch noch voll daneben. Ich wusste, dass er jetzt wieder ein Geschiss kommt. Geht weg. Nachladen. Ja, der macht wieder Stamm-Attacke. Oh, natürlich kriege ich wieder den Letzten ab, ey. Okay. Stimmt, der habe ich dann noch im... Oh, genau. Dann verpieseln die sich die Saftsäcke. Der Winkel ist so bin ich da. Oh. Wirklich? Da habe ich nicht geblockt, aber davor. Are you serious? Da kommt er wieder. Diese Dreck-Säcke. Noch einmal. Oh, was? Oh, genau. Dann reicht das auch noch. Von fucking... Geschwindigkeit von den Affen her. Oh. Na, mal Peperoni. Da. Oh, natürlich. Natürlich habe ich mich das erwischt. Obwohl ich ausgewichen bin. Natürlich. Boah, meine Fresse, ey. Geil. Dieser Stun, der war ja echt wieder... Bombig. Nein. Nein. Und. Nein. Da kommt er auch nicht runter, ne? Warum unbedingt noch Eis-Elementare hier drin? Au. Geil. Lomad. Stirb. Wirklich? So, wo's können die auf einmal? Hab schon nie gesehen, dass sie diesen Move gemacht haben. Kommt davon mit neuen fucking Move an. Dachladen. Toll zu an. Toll. So, dann ein Schickgeschoss, dann muss ich jetzt machen. Oh, wow. Ich hab mal wieder eine Liste abgezogen. Oh, das war aber... Bisschen... Ich wofür schieße ich nach oben? Dass es einfach an mir vorbeizischt. Oder wat? Boah, genau. Der schießt dann dahin, wo ich hinfliege, oder wat? Unglaublich. Ich wofür schieße ich einfach nur unglaublich. Da war er. Wimlich knappe Sache. Einmal nachladen. Oh, da hab ich gar nicht gesehen, ey. Moos. Warum müssen sie zwei von diesen Affenkindern sein? Da muss ich mich nur aufregen. Oh, ich dachte, ich hätte das noch geschafft. Ja, auch geil. No, no. Das hat so neun HP. Oh, Mann, ey. Lade einfach mal... Einfach mal... Na, gut. Spaß und Freude. An diesem Fest der Liebe. Genau. Nein, 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 nein. Ich hab schon gesehen, dass du Luft holst, um deinen Mega Atem zu machen, du sagst. Nachladen. Jetzt hat er noch gefiltert, dass ich mich mit dem Quatsch ad trifft. Genau, wieder mit dem Letzten, obwohl ich eigentlich schon weg war. Oh, Gott. Ja, geil. Das wird schon auf jeden Fall mehr gemacht getroffen. Ich dachte, so funktioniert wird, aber nein, hat es natürlich nicht. Warum sollte es auch? Handwerklich neun... ...stück werden, dass ihr... Ich meine, können wir mal rein tun? Oh, Gott. Oh, natürlich genau da noch rein. Diese Behinderten ist kacken. Jesus. Na, das war ja mal... ...absolut perfekt. In deine hässliche Visage, Frostbend. Ja, warum machst du das nicht ständig, hä? Ja, genau. Ausweichen, was soll's. So. Aber Eis-Elementare, warum auch nicht? Ja, dank Eis-Elementare. Und das du sap-sack. Sterb, die nervigen Mistviecher. Ich hab' keine Stärke. Komm, wieder mal angeflogen. Was, das hat mich nicht mal mehr berührt. Ja, Hitboxen sind immer wieder geil. Einfach getroffen worden, ohne dass ich wirklich getroffen wurde. Aber hey, ne. immerhin noch nicht. Ja, ich hab' keine Stärke. 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 So, dann machen wir da seine drei Hoppser. Ja, genau. Ja, genau. Boah, super. Ey, geil. Erstmal super 200 Leben verlieren. Wo man dann gestunt worden ist, natürlich. Jetzt haben wir dann nur die Bosse, der Nacht. Alle beide, natürlich. Achso, jetzt haben wir das echt mit drin. Ja, Süppi. Oh, das hab' ich gar nicht gesehen, dass der Sprex. Aber noch viel Leben. Das was hier. Nusskeks. Natürlich gestunt worden, damit doch ein jahrlange dort, dass man sich wieder aufkrabben. Meine Güte, ich hasse die Typen. Abgrundtiefe, ey. Na, ja, du war. Macht wieder seine Hoppser. Stirb, du elendest Mistvieh. Ja, macht euch das, kein Problem. Okay, davon wollen wir erst mal ein bisschen distanzieren. Keine Stärke, nachladen. Kommen wir dann ein paar Eis. Oh, oh. Ich hab' das gesehen. Der Eisatem ist absolut tödlichste, was der machen kann. Warum auch immer. Gerade das, was das abgrundtödlichste ist. Hallo. Ja, genau. Immer schön zweimal treffen lassen. Okay. Meine Güte. Nee, nee. Oh, das war knapp. Weg damit. Was essen. Schon vor dem Steg. Au. Geblockt noch bekommen. Gott sei Dank, ey. Mega Schuss. Noch einmal. Hab' noch ein bisschen. Ja, geil. Bis nicht. Das beenden wir jetzt heute. Oh, das hab' ich geblockt. Hast du das gebrochen? Das kann ich blocken? So ein billiger. Das kann ich blocken. Ja, ich hab' mal gewusst. Okay, das kann ich wahrscheinlich nicht blocken. Ja, kann ich ja blocken, ne? Ja, gut, dass ich das gebrockt hab, ne? Das war das, der blocken kann. Wahrscheinlich nur, wenn man halt nicht vom Kupin getroffen wird. Sonst vielleicht ein bisschen mehr blocken. Aua. Das hätt' noch gefehlt, wenn der mich jetzt gemacht hätte. Meine Güte. Was ein Pain, diese Sache. Frostbind, mehr like, Arschlobben. Boah. Fehlruf. Troll. Ich hab' einen Kleingeist, der eine Zeit lang magisch geschossen in die Luft schießt. Erstmal stärker machen. Und wir haben auch das Talent bekommen dafür. Beziehungsweise den Talentpunkt. Geht damit nochmal in Angriffen zurückzustoßen, ist jetzt höher. Zumindest die Chance dafür. Hoppla. Meine Güte, ey. Furchtbar nervig. Da können wir uns ein Halter gönnen. Jetzt blicken wir zwar noch, aber es piepsen, wenn es nicht. So kann nehmen wir mit. Boah, yeah. Boah, yeah, yeah. Das war so nervig. Ja, jetzt nur so Filios. Na ja, den ja. Das war auch nicht schlecht. Hallo, Carl. Hallo, Carl. Das ist wirklich nicht schlecht. Wie hoch die Kombo dann geht. 429er Kombo, kein Problem. Aber kostet halt Magie, ne? Das ist das Problem. So, Flinkertürtel kann ich jetzt gegen dich machen. Negative Veränderungen halten nicht mehr so lange. Ja, das hätte beim, bei diesen Frostbends hätte das echt gar nicht so schlecht geholfen. Das ist doch was hier. Oh. 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 wasser zum rast städte weder mal da müssen nichts ein guter üblich noch mal kann man trauben kehrt bekommen letztens weisen für uns unseren freund brauchen wir nicht zu rufen treffen muss gelernt sein aber mit kontroll stick ist das wie gesagt hat nicht so einfach wie man denkt danke für die trauben kleine peperoni mitnehmen was hast du denn so anzubieten ja mit so frostbind auf jeden fall das war echt richtig nervig okay da ist es schlitzend weil wir unsere zeug in diesem sinne das kann man eigentlich verkaufen das zeug obwohl eigentlich haben wir mehr als genug zeug um zumindest einen jongler zu machen dieser zaubertränke kann man ja verhunzen nicht die heiltränke und den benutzen zum tisch zum mischen den besten von denen was die sachen mit dem wir haben dich weg dich weg haben noch hin noch ein bisschen platz auf jeden fall und haben wir noch ein paar von denen hier so kann 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 wenn wir betranken wir haben noch ein paar materie tränke also ja jetzt können wir nicht mehr wegschmeißen ich war ein einhaltig auch wieder jawohl so dann aber bitte jungler das ganze wieder auf sammeln natürlich wenn tasche voll es geht das natürlich nicht aber wir haben knochen wieder bekommen cool heilig kristalle die können weg ich habe mir noch mal den neuen teilen ist er uns krank der neutralisierungs ganz nett aber besser extra versorgen aber auch schon 33 aus heiligen gebraucht kein schwein ja damit so jetzt können wir erstmal die ganzen kristall unsere zeug verkaufen dafür will nicht benutzen danke sollte jetzt auch noch mal die ausmarellen pflanzen hier nur die rein pfeffern ansonsten ja ne ansonsten nicht hier der mangroß können wir später zumindest auch bewahren und maubeeren können wir zumindest so ein paar schon mal essen während wir warten auf unser posonen in schuss 106 den haben wir bekommen den streuschuss kann auch eine luft machen kreisförmigen muster der war eigentlich ganz gut jetzt fein ruf und man natürlich auch wieder vor sohn und beziehungsweise seifer kraft da haben wir den aber nur wenn wir schießen dann schießt er so ein aber so explosions geschossen schießt er das war natürlich auch nicht verkehrt das war natürlich habe ich jetzt wieder das falsche gemacht auch ich habe ein bisschen viel schaden genommen da also lassen wir doch mal machen wir ja kommt das könnte besser hallo mach einmal jawohl er ist ganz nett aber wie naja schade ich dachte ich kann mir dann genau das rein lenken das ist eine coole kombo ich muss kurz mal nacht an es war schon besser als normale mega schuss aber doch fast er braucht hat eine lange ladezeit aber natürlich macht er wird nämlich so viel schaden ja noch mal hier war bauerschüsse anladen das kann man hier vergrüßt die zeit zum nachladen hat jetzt geschafft ein schrotetreffen nochmal ein brötchen ein kleines brötchen für uns aber sonst alles gucken wir einmal noch durch bis es ist gut aus ja wir haben alles so einen stoß von ganzenauten wollte ich jetzt nicht machen aber naja hier hin da würde ich aber sagen hier machen wir eine pause wir würden halt nochmal den rest machen hier ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ich halte wieder beim nächsten mal ein wenn es wieder heißt und jetzt philip frazier mit mir mehr ist natürlich euch den zuschauen wenn noch kein abonniert seid so überdenkt doch dies bitte und werde teil der gemeinschaft und nochmal an dieser stelle vielen dank fürs zusehen und an dieser stelle auch ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal wir sehen uns beim nächsten mal vielen dank ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal aber wir sehen uns beim nächsten mal ich wünsche ein bisschen baller baller also dann an dieser stelle wir sehen uns beim nächsten mal haut rein leute bis dann dann